Ja guten Morgen Sebastian hier von Deathmore Models und herzlich Willkommen zur Folge Nummer 6 von unserem RC Crawler aus dem Adventskalender hier aus der Serie von Revell. Ja lange drum rumgefackelt will ich so schon die ganze Zeit die 6 aber ich finde sie gar nicht. Ich finde die Ausgabe 6 nicht. Ah hier unten. Mensch da die ganze Zeit starre ich drauf und ich sehe es nicht. So also was kriegen wir heute? Oh Jungs das sieht gut aus. Hier ist wieder ein Beutel mit vier Schräubeln wo die erste schon rausfällt und der Querstange die wir benötigen um den zweiten Teil des Fahrgestalls anzubringen. Jo das denke ich machen wir gleich mal ne. Ich bin ganz schön. Okay. Ich bin ganz schön. Oh echt? So. Das war's. Und das war es auch schon wieder für heute, viel haben wir nicht gemacht, außer das eine Steuerungsgerät hier vorne anzubauen und wenn wir das jetzt hier ganz toll machen und es mir nicht wieder abhaut, dann sollte es eigentlich so dann hier so nach unten hängen und ich denke mal irgendwann werden wir diese ganzen Kabel hier noch auf die Steuerplatte aufbringen, auf den Controller, ja, gut, das fährt noch nicht von allein, aber vielleicht irgendwann. Also schaltet morgen wieder rein, wenn es hier weiter geht mit dem RC-Crawler, ich freue mich wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und ja, wir sehen uns morgen, tschüss. Ja. 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 Ja.